Das heißt Seitheben, aber Seitheben hat es isometrische Übungen, das heißt Halten. Hier die isometrische Kraft entwickeln, alle Muskelfasern aktiviert. Das ist im Endeffekt fast eine Übung wie aus dem Strongman. Kennt man ja, Cross-Holds, nur jetzt hier wirklich rein auf die Schultern konzentriert. Es bringt euch was. Komm, kämpfen. Komm, einfach halten. Komm, hoch damit. Um nachpumpen. Einmal dagegen halten. Komm, nochmal. Dagegen halten. Immer dagegen halten. Noch einmal, komm. Halt dagegen, Junge. Sauber. Halt dagegen. Noch einmal dagegen. Komm. Genau so. Schön atmen. Sauerstoff ist auch Energie. Sauerstoff braucht der Muskel. Jawohl. Jawohl. Halt. Komm. Komm, Junge. Und komm doch mal hoch. Und halt nochmal. Komm. Komm. Jawohl. Komm. Schön. Jawohl. 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 Komm. Sauber. Muss sein. Absolute Erschöpfung. Schön, Junge. Und fighten. Halten. Schöner atmen, Oli. Tiefer atmen. Körper braucht Sauerstoff. Genau, kämpfen. 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 Das ist kein Kindertraining. Das ist ein Kindertraining. Das ist ein Kindertraining. Das ist ein Kindertraining. Hoch und halt dagegen. Halt dagegen. Halt dagegen. Schön sauber. Hoch und dagegen halten. Noch einmal. Noch einmal. Komm, Junge. Kämpfen. Zweiter Satz. Halten. Jawohl. Wasse brennen. Jawohl. Und komm. Halt. Komm, halten. Jawohl. Komm. Halt irgendwie. Noch einmal hoch. Jawohl. Weiter. Noch einmal hoch. Zieh so wenigstens hoch. Halte eine Sekunde nur. Hauptsache ein bisschen noch. Komm, alles geben. Komm rein. Komm rein. Komm. Das ist vorbei. Das geht so. Sauber. Noch einmal alles. Schön nach außen drehen. Schön halten. Geh was in die Knie. Federe das Gewicht. Jawohl. Und spann an. Halt dagegen. Streng dich an. Jawohl. Halt dagegen. Komm. Und hoch. Halt dagegen, Olli. Noch einmal. Komm. Jawohl. Komm einmal hoch. Komm. Halt ein bisschen dagegen. Come on. Jawohl. Kämpf. Komm, zeig mal deine Kanonenkugel. Schön. Und langsam schön adrig. Ein bisschen mehr Form rein. Sauber. Schön. Letzter Satz. Hammer schwer schwarz. Jawohl. Komm. Jeder hat so trainiert, als wäre es der Letzte. Komm. Nicht an die nächste Übung denken. Alles rein. Jawohl. Schön, Junge. Komm. Jawohl. Scheißegal. Zieh dich aber noch ein paar Mal hoch. Sauber. Komm. Ja. Schön. Super Einschnitte. Jawohl. So sieht das bei perfekter Ernährung aus. Optimal.